Hallo zusammen, ich bin Farsat, ich schaffe als Logistiker bei Coop. In diesem Video zeige ich euch, was ein Logistiker macht. Mein speziellster Arbeitgerät ist Handescanner, mit dem erfassen wir Daten der Ware. Das Stablerfahren habe ich gern, da es mir viel Spass macht. Als Logistiker muss man teamfähig und konzentriert sein. Dank digitaler Technologie verwenden wir wenig Papier und somit arbeiten wir umweltscheinend.